Willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Beim letzten Mal sind wir hier in der großen Einöde von Grand Pulse hier angekommen und ja, wir haben jetzt die Möglichkeit hier jetzt tolle Nebenquests zu machen. Wir machen mal eine zumindest davon, um einen von diesen jeweiligen Seed hier zu erlösen. Seelenfrieden eines Reisenden. Ja, ja, ja. Wir brauchen einen Chefpudding. Okay, diese Mission nehmen wir mal an. Mission Start. Okay, und wo wird mir das jetzt angezeigt? Auf der Karte, ne? Bis wir jetzt hier die Karte hier einblenden. Ähm. Ah, da haben wir so einen roten Punkt. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt so ein Stückchen hin. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal. So ganz grob. Ohne jetzt hier alles und jeden hier zu pullen. Das wäre echt super. Da drüben haben wir auch ein Item. Können wir vielleicht auch mal hingehen. Kommen wir da hoch. Tatsächlich. Eine Dornenrute. Das ist jetzt gut. Bestimmt nicht. Gut. Ah, siehste. Da hinten sehen wir auch schon den Pudding. Zu dem wollen wir hin. Aber es ist halt auch merkwürdig, wie jetzt hier, äh, drei Stunden später so ein Stückchen Open World hier jetzt suggeriert wird. Na, ich weiß ja nicht. Aber na gut. Da denke ich mal, man hätte hier so viel schöne Open und offene Welt halt teilweise machen können. Vielleicht jetzt nicht in der Erzählungweise, wie die es jetzt hier gemacht haben. Aber so vom Prinzip her. So, machen wir mal eine Analyse. Damit wir wissen, gegen was wir hier zu kämpfen haben. Und zwar der Schwäche Blitz. Oh, das ist ja schon mal schön. Blitz können wir. Können auch. Ach, wir haben das... Ich habe noch kein Startparadigma gemacht. Ich musste ja hier extra, ähm, das, äh, die einzelnen Paradigmen wieder auswählen. So, ich habe noch kein Startparadigma festgelegt. Ich wollte mich auch mal, ich mache Ihnen kein Damage. Damage. Need more Damage. Da ist ja da, ähm, geht doch. War ein bisschen langsam, aber nur gut. Mission erfüllt. Gibt es dafür eine Belohnung? Rang zwei. Ah, Kano Scherpe mal eins. Ah, ist jetzt nicht so toll. Also irgendwie so gar nicht. Ach, und dadurch haben wir hier jetzt den nächsten Missionspunkt, ja. Ähm. Ich mache mal ganz kurz hier das als Anfang. Ja, dumm ich auch. Ähm, wir gucken mal auf eine Karte. Haben wir denn überhaupt so ein richtiges Hauptquest-Ziel? Da müssen wir hin. Soweit in Süden. Ich weiß ja nicht, wir sind jetzt irgendwo so ungefähr da, wenn ich mir nicht irre. Oder? Nee, nee, gar nicht wahr. Ich komme mich gar nicht sehen, wir sind da. Müssen aber hier... Ach du Scheiße. Na gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir da mal froh und mutig hin. Ich hoffe nur, dass wir da auch mal ankommen. Bestimmt können wir gegen diese Riesenfiecher ja auch noch kämpfen. Obwohl, nee, die sind gar nicht als Feind markiert. Doch, sind sie. Okay. Aber sollen wir gegen so irgendwie mal kämpfen? Ich weiß ja nicht. Ja, wir lassen es lieber. Arme Schildkröte. Wird nur wieder gefressen von irgendeinem Monstrum. Aber wahrscheinlich könnte man jetzt hier irgendwie das ganze Spiel so lange in die Länge ziehen. 300.000 Millionen Nebenquests machen. Ihr seht ja, was hier alles rumfleucht und kreucht an Kreaturen. Alle wollen besiegt werden. Jeder hat seine eigene kleine Quest, die gemacht werden soll. Das ist schon, schon fein. Definitiv. Aber Es ist sehr trocken. Aber na gut, auch trocken halt gehört irgendwie mit dazu. Normalerweise hast du halt in Final Fantasy öfter mal Nebenquests, wo dir halt so ein Stückchen Story halt so erzählt wird. Hier ist es halt Erlöse irgendwann von irgendeinem Leid, weil er es nicht selbst konnte. Und Da ist dann doch eher so ein bisschen Ja, meh Ne Ah, nur gut Wir gehen trotzdem weiter Und Hoffen wir, dass wir irgendwann irgendwo mal ankommen, wo wir ankommen müssen. Hoffen, dass wir jetzt hier nicht so viele Kämpfe jetzt mitnehmen Hier auch jeden Kampf mitzunehmen wäre auch wieder so absolut sinnfrei. Mindestens so sinnfrei, wie ich skillfrei bin. Warum wird es hier jetzt nur nebelig? Hm? Hm? Ich habe keine Ahnung. Aber wir gehen hier mal lang in die Gasse. In das Eck. Ich hoffe, hier geht es überhaupt weiter. Nicht, dass hier eine Sackgasse ist. Ähm Oh, hier ist tatsächlich eine Sackgasse. Die bewachen nur ein Item, aber das ist mir egal. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich glaube, 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 ich schaffe es. Ich habe es geschafft. Ja, auch nochmal. Oh Gott, da ist schon wieder so eine Ecke. Ähm Wurste ich denn da lang? Da oben muss ich lang. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich zurückkehren. Ähm Dann hätte ich hier lang gemusst, und dann ist da so ein Schleichweg. Okay. Ja, mal gucken, dass ich jetzt hier an den Mist vorbeikomme. Also müssen wir einmal wieder raus aus dem Nebel. In der Hoffnung, irgendwo dann weiterzukommen. Dann ploppen wir einfach mal irgendwelche Gegner auf. Das finde ich natürlich auch nicht so nett. Oh Gott, ich habe Akku gezogen. Muss nicht sein. Nee, nee. So, wo muss ich hier nicht mal langsam irgendwo abbiegen? Wir sind da. Wir können mal so langsam nach rechts. An diesen Kojoten da vorbei. So langsam lichtet sich auch der Nebel. War ja jetzt nicht so Nebel halt, weil es geregnet hat. Sondern einfach nur, weil wir ein bestimmtes Gebiet wahrscheinlich betreten haben. Wo es gescriptet ist, dass es da nebellig ist und sowas. Muss ja nicht sein. Ich hoffe, wir sind jetzt hier dann so langsam richtig. Eventuell. Wir gucken noch mal vorsichtig auf der Karte. Wir sind da. Doch, wir kommen über den Weg dann dahin. Dahinten ist der Speicherpunkt. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall den Speicherpunkt mit. Oh komm. Geh weg. Geh wo du wohnst. Ja, ich will dich unbedingt abhängen fängen. Unbedingt. So. Speichern. Auch wenn schon wieder ein neues Speicherstand ist. Aber hey, man kann sich auch noch nichts. So, die bekämpfen sich. Das ist ja ganz fein. Und ich muss an dem vorbei. Och Mädels. Ja, ich sag ja. Nein, 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 nein. Definitiv. Nein, 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 nein. Was haben wir hier? Ach, das ist wieder so einer, der nicht auferstanden ist, weil ich halt nicht die Mission dazu gemacht habe. Ja, dann go, go, go. Wird schon irgendwie. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Und ich hoffe, wir kommen dann hier zu dieser einen Stadt, wo, wo, äh, Hopfohlen vorhin geredet hat, die Heimatstadt von, von Fang und Venil. Weil da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Weil wir hoffen, irgendwie dadurch irgendwie Anhaltspunkte zu bekommen. Okay. Ich will das auch gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich mir das vorstelle, du, dann stelle ich es mir vor. Was für eine Logik. Nein, nicht schon wieder über dasselbe. Hier machen wir darüber. So. Langsam ist mal Schluss mit neuen Speicherständen hier. Immer wieder einen neuen Speicherstand anfangen. Ach du Scheiße. Ähm. Ich kann hier auch nicht umgehen. Da muss ich wohl oder einfach reinhalten. So. Dann analysieren wir sie erstmal. Mit einem ganz normalen Analysator. Oder Analyse. Gedöns. Und dann mir raten, sie können das, was alle anderen auch können. Ja. Nichts. Okay. Da war drauf da. Aber sie halten nicht ganz so viel aus wie ihre sonstigen mechanischen Freunde. Da habe ich schon, 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 ne? Haben wir Schlimmeres erlebt. Aber wer weiß. Vielleicht kommt dann gleich so was hier in blau oder so. Und dann ist es, dann ist die Apokalypse gleich vor Haustür. Wenn die Dinger blau wären, du. Dann machen wir gleich 30 Mal mehr Schaden und halten 50 Mal so viel aus. Dann muss ja da nicht sein. Wie viel? 2350 Kristallpunkte? Jetzt wollte er mich verarschen, ne? Hautet leere. Ja, nee. Irgendwie nicht. So, müssen wir uns wohl so ein bisschen so durchkämpfen durch alles. Warte, waren das auch eben Hopliten? Ja. Nicht, dass es jetzt tatsächlich eine andere Art ist. Und sie sieht einfach nur gleich aus wie die 3000 Psycho-Mitarbeiter da. Muss ja nicht sein, ne? So. So weit, so gut. Die können wir doch bestimmt umgehen. Jupp. Müssen wir gegen die nicht kämpfen. Der Angang dafür bestimmt zu irgendeinem Item, was wir eh nicht brauchen. Da hinten ist auch ein Gegner, ja, das ist bestimmt ein Item. Und ganz ehrlich, die Item ist, ne. Oh, was haben wir denn da für einen Gegner? Majora's Mask für Roboter oder was? Analyse. Auf dem Phalanx. Und der kann... Auch nichts. Okay. Machen wir dasselbe drauf wie sonst überall auch. Und warten wir, bis er tot umfällt. Schönen wir auch wieder Hopliten und Phalanx entwendet werden. So von Namensgebung halt einfach her. Ist halt so. Halt alternative Fantasy-Gedöns. Da darf man das. Aber ob Lied und Phalanx ist eigentlich was komplett anderes als Roboter, aber nur gut. Irgendwoher mussten wir wahrscheinlich die Namen dafür nehmen. Statt MK30C-ZR zu nennen. Zum Bleistift. Also gut. Ich will ja nicht meckern. Ich wollte zum Speicherpunkt. Ich will ja nicht. ich weiß auch nicht die mahabara stollen ja dürfte irgendwie so das dumpfe gefühl ich werde hier ganz viel spaß haben im gegner umrennen nein nicht schon wieder nein so hier ja unbedingt ja geht doch so natürlich versuchen wir unnötige kämpfe zu umgehen aber es klappt hier nicht so die müssen wir natürlich immer wieder analysieren und sind bestimmt auch wieder empfindlich gegen feuer diese ollen reaktoren hier ja tatsächlich empfindlichkeit feuer so muss das sein weil die hatten hatten gegen eis ich erinnere mich so einer weniger okay wir uns überlebt gerade so die anderen dinge die wir zuletzt hatten waren ja empfindlich gegen eis so 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 Vielen Dank.